Elisabeth B., 37 sitzt vor dem Frisiertisch und frisiert sich die Haare. Dabei zündelt sie sich eine Zigarette an. Sie nimmt sich das Haarspray und sprüht sich damit die Haare ein. Dabei entzündet sich das Spray, es wird zum Flammenwerfer. Der Kopf verkohlt und in Sekundenbruchteile explodiert die Spraydose. Auf dem brennenden Teppichboden liegt die verstümmelte und verkohlte Leiche. Kurt L., 27 ist gegen 0.30 Uhr auf dem Nachhauseweg. Er ist angetrunken. Sein Weg geht dicht an einer Schaufunsterfront entlang. Dabei stolpert er und durchschlägt mit seinem Kopf die Scheibe. Von einem Schlag wird er bewusstlos und das Gewicht seines niedersinkenden Körpers trennt den Kopf vom Rumpf. Er sandt in der Deckung den abgetrennten Kopf in einer Blutlache in der hell erleuchteten Auslage eines Schuhgeschäfts. Hansi M., 5, Einzelkind, spielt an einer Vorstadtstraße mit dem Karton von Muttis neuer Spülmaschine. Er kriecht hinein, klappt den Deckel von innen zu und versucht sich damit wie ein Würfel fortzubewegen. Dabei gerät er auf die Fahrbahn. Der Lastwagenfahrer Leo S., 46 denkt, der Karton wäre durch den Seitenwind auf die Fahrbahn getragen. Dann überfahren jedoch verspürt er einen Huckel. Er hält an und steigt aus, um nachzusehen. Aus der plattgewalzten Kiste rindt Blut. Eva F. und Jürgen E., beide 20 sind jung verlobt und wohnen seit kurzem zusammen. Eva wäscht sich gerade in der Küche der Alpauf und in die Haare, als er Verlobter von hinten kommt, um sie zu mecken. Es stößt sie mit den Zeigefügern in die Seite. Sie schreckt hoch und rammt sich dabei den laufenden Wasserhahn durch die Schädeldecke. Eine Fontaine aus Wasser, Shampoo und Gehirnmasses schießt durch die Küche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einzigen Michael Niveau